Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja... Oh, ich hoffe nur, dass der nicht unser Geheimvorrat da findet... Bye! Okay, ich dachte schon. Es geht um die Wu-Torte. Anges hat dich gebeten, eine Hochzeitstorte in deinem Kühlschrank aufzubewahren, bis in seinem wieder Platz ist. Ja, normalerweise würde ich sagen, nichts einfacher als das. Das einzige Problem wäre nur, ich hoffe, er findet halt nicht unseren Special-Platz im Keller. Okay, das heißt, das mit der Hochzeit kommt dann auch irgendwann... Ah ja, genau, wir müssen noch einmal einen Eisenbarren herstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das überhaupt noch können, weil wir haben ja jetzt den Hammer geklaut. Und ich weiß nicht, ob die... Ich habe den Namen jetzt wieder vergessen. Ob sie das dann überhaupt noch machen kann. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Oh, Katzenfälle haben wir wieder bekommen. Sehr schön. Es regnet auch. Das ist auch sehr schön. Da ist aber nichts... Oder? Ne, da ist kein... Kein Ausrufezeichen. Ne, okay. Dann schauen wir hier nochmal eben ganz schnell. Da ist noch ein bisschen Holz, was wir mitnehmen, weil es eben am Boden liegt. So mache ich das ja immer, ne? Ich spare mir das dann quasi, die ganze Arbeit das umzuholzen, äh, also umzufällen, abzufällen, wie auch immer. Also zu fällen halt, so. Nur das auf dem Boden nehme ich immer mit, weil, ne? Einmal draufgehauen und schon hat man hier quasi... Ja, ein Riesenbatzen kann man nicht sagen. Aber drei Stück hat man da auf jeden Fall schon mal. Ja, dann würde ich sagen, ich kümmere mich jetzt erstmal um die normalen täglichen Sachen, die ich immer mache. Diese typischen langweiligen Sachen mit, äh, sammeln, oben gucken, was wir noch im Wald haben. Tiere füttern und so weiter. Und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu, wenn es etwas Neues gibt. Ja, da hat sie wohl nicht so ganz unrecht. Und damit... Oh, mit dir können wir noch reden? Ähm, okay. Ich hab noch was für dich, Wesley. Ja... Ja... Meine ich doch. Ich hab mich nämlich bei der letzten Folge schon so gefreut. Oh, wir haben eine neue Bekanntschaft, aber das hatten wir vorher schon. Ja, und da müssen wir uns natürlich auch drum kümmern, beziehungsweise um den Geist natürlich selber. dass wir den so schnell wie möglich wieder einfangen. Okay. Ist nicht verkehrt, aber... Ja... Wir müssen das Übel wieder wegkriegen. Ich werde die erste sagen, was wunderschöne Dinge passiert in die woods. Ich habe es gesehen. Aber Sophie ist nicht ein Teil von all das, ich bin sicher. Hi, Tara. Ich mache einfach ein Inventory. Kannst du mir sagen, wie viele Sardines sind da? Uh, sicher. Looks like drei. Huh? Oh, sorry. I'm just so distracted. Parker and I... We can't seem to communicate very well lately. I don't mean to pry, but... Your fiance left, right? Do you have any idea why? Ja, wir waren einfach nicht die Richtigen füreinander. Ich weiß auch nicht genau, was schief gelaufen ist. Wir hatten zu viele Geheimnisse. Hallo? Ich meine, er weiß ja nicht, dass sie eine Hexe ist. Also kann man das jetzt nicht sagen. Ich würde jetzt mal einfach... Ich meine, ich kenne den Typen jetzt nicht. Aber ich würde jetzt mal einfach sagen, die waren nicht die Richtigen füreinander. We just weren't compatible, I guess. Oh, I'm sorry about that. Funny thing is, as different as Parker and I are, we've always kind of fit together. You know? I love Parker. I hope this tough time we're going through is just a temporary blip. Thanks for listening. And it means a lot to me that you trust me enough to share your personal story. Ja, wir sind endlich beste Freundinnen. Juhu! Das heißt, wir müssen nicht mit ihr reden. Aber wir gucken trotzdem noch mal, ob sie noch was... Ah ne, wir können nicht mehr mit ihr reden. Na gut, ich dachte, sie sagt noch mal was zu den Hexensachen. Ja, vielleicht ist es manchmal besser, gar nichts zu sagen und einfach nur da zu sein. Ja, reden wir einfach mal ganz offen hier im... Kaffee darüber. Kein Problem, Damon. Hm, das stimmt auf jeden Fall. Okay, bei dem Regen haben scheinbar viele keine so richtige Lust zu arbeiten. Man sieht es auch hier schon wieder. Warum ist er eigentlich... Ich meine, klar, der hat natürlich sonntags in erster Linie geöffnet. Aber der ist doch sonst normalerweise auch da. Sagst du noch mal was zum Thema? Lina sieht wirklich so schrecklich über das Trial. Ich würde auch sein. Ich meine, wenn meine Shoppe direkt von einem Diner geöffnet worden wäre, würde ich wissen, ich würde es wissen. Ich kann nicht auf Lina schreien, weil sie ein bisschen über den Prospekt gefreut sind. Bitte, was? Also für so engstirnig und bescheuert hätte ich den Typen jetzt nicht eingeschätzt. Der ist ja so schon ein netter Kerl, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ah, okay, wir können heute Abend auf jeden Fall nochmal wiederkommen, dann können wir nochmal Blümchen pflücken, das ist gut. Okay. Was ist denn mit unserem guten Kirchentypen hier? Den Namen vergessen. Cameron, genau. Das spitzt sich alles zu hier und einfach nur wegen der Dummheit der Menschen. Oder eigentlich auch ein bisschen der Naivität, wenn man so möchte. die dann wiederum leider gepaart ist mit vielen Ängsten. Na ja, er hatte nicht ganz recht. Er hat gesagt, dass er es nicht sein wird. Und dass der andere, ich weiß nicht mehr, dieser Viehzüchter, dass er das auch nicht sein wird. Und das war ja nun mal nicht ganz richtig, mein Lieber, ne? Das müssen wir jetzt auch ganz klar sagen. Okay, hier waren wir schon mal. Dann gucken wir jetzt nochmal eben schnell in der Schule und ein, zwei anderen Häuser nach. Und dann machen wir uns auf in die Nacht, beziehungsweise den Abend. Das neighborhood watch thing is weird. Ich dachte, die whole point of being grown up is that no one can give you a curfew anymore. Ich bin definitiv nicht stickin' around once I'm old enough to leave this place. Ich kann sagen, wenn die Leute sehen, wenn sie mir sehen, sie sehen, mein Vater. Wie kann ich hoffen, dass ich ihn nicht wünsche? Ich weiß nicht, jemanden. Keep being you, Juliette. Du hast immer deine Eltern in dir. Aber da ist so viel mehr zu dir als das. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Die sind halt alle nicht ganz unschuldig da dran. Oh je, oh je. So, mit ihm haben wir schon. Gucken, ob er vielleicht noch irgendwas Neues zum Fall sagt. Oh je, vielleicht kann er doch noch mal irgendwas Neues sagen. Ja, genau. Und was sagst du noch dazu? Tja. Äh, was ist mit ihr? Sophia, ist sie heute am Arbeiten? Ja. Sagt sie was über ihren nicht vorhandenen, äh... Hammer? Neues nicht unbedingt immer gleich gut. Äh... Ich hoffe, das war jetzt Eisenbarren. Wir machen jetzt davon mal einen. Hm... Anscheinend war es doch nicht der Eisenbarren. Doch, Eisenbarren. Okay. Ah... Gut. Um die... Haben wir eigentlich... Ich bin jetzt gerade am überlegen. Wir haben... Ähm... Den Wein rausgeholt. Ah ja, okay. Wir haben aber einen neuen reingetan. Okay. Ich dachte jetzt gerade schon nicht, dass ich das vergessen hatte, den noch da rein zu tun. Aber das ist okay. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir meines Wissens nach alle heute durch. Ich freue mich auch sehr darüber, dass die neue, also fast alle, neue Dialoge hatten. Und mit ihr habe ich schon gesprochen. Und wir sehen uns dann gleich am Abend wieder im Wald. So, und da sind sie, die schönen Mondblumen. Den nehmen wir natürlich direkt mit. Und ja, besuchen nochmal den Hexenzirkel. Ich weiß gerade gar nicht mehr, warum ich jetzt überhaupt hier hin wollte in der Nacht. Aber ich spreche nochmal mit allen. Ja, also ich gehe mal stark davon aus, dass wir jetzt... Ah doch, einen Moment, mit ihm können wir noch reden. So, da wir mit ihm sprechen können und es weitergeht... Ähm, oder auch nicht, aber da ist ein Ausrufezeichen dran. Wissen Sie? Wissen Sie? Wissen Sie? Sie ist bitter. Wissen Sie? Wissen Sie? Sie können Sie? Ah, sorry. Ich habe einen Mann gesehen. Muss ich sein, Natalia. Und eine Frau. Nicht Natalia. Frau von der localen Babke. Babke? Ist das eine Pastrie? Es bedeutet auch, Spirit Whisperer. Eine Frau. Es ist eine Frau. Es ist eine Frau. Es ist eine Frau. Es ist eine Frau. Aber die Frau. Und die Frau. Die Frau. Sie hat sie mit der Frau. Sie hat eine Frau. Sie hat sie mit seiner Frau. Years später. Natalia. Das ist richtig. Sie haben gut gemacht, Navis. Wir können das für die Inkantationen nutzen. Komm zurück, wenn Sie haben etwas anderes zu zeigen. Äh, wenn ich was habe, was ich dir zeigen möchte. Aber er hat noch mal ein Ausrufezeichen. Hier, Farseer. Something else that holds a bit of Natalia in it. How about this iron she made? Ich habe mich schon erwartet. Ich will sehen, wie Natalia's story geht. So do ich. So viele... ...miles above the sea. W- Ich habe ihn zu Ende. Oh, da bist du, Miss Kuznetsova. Und da ist die Babka. Still alive. Ich habe ihn besser als sie. Was hat Natalia gemacht? Was hat Natalia gemacht? Sie war so schnell wieder zurück. ... 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 Okay. Kann ich auch so nochmal mit dir reden? ... 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 Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich renne jetzt nochmal ganz schnell nach Hause, damit wir uns angucken können, was wir jetzt genau dafür brauchen, für diesen Zauber. Und sehe euch gleich dort wieder. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das jetzt so gut war, was ich gemacht habe, weil ich bin jetzt an einem vorbeigelaufen, der da mal wieder Wache gehalten hat vor dem vor dem Wald. Was war die hier, ne? Bandzauber. Ach du Schand! Okay, wir haben aber alles da, bis auf die Kräuter. Das ist schon mal sehr gut und sehr löblich. Ja, also brauchen wir ja im Endeffekt dann nur noch die Kräuter. Was ein bisschen blöd ist, dass wir dann wirklich die Tage lang warten müssen. In sechs Tagen, das heißt in fünf Tagen ist das Ganze dann erst fertig. Ja, dann bleibt mir heute leider nichts anderes mehr übrig, als den Tag erstmal zu beenden und ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt die nächsten vier Tage dann ja noch was Vernünftiges habe, was ich euch irgendwie präsentieren kann. Ich tue mein Bestes, beziehungsweise ich schaue trotzdem mal nach und ja, im schlimmsten Fall sehen wir uns dann halt wieder, wenn ich das Zeug holen kann. dementsprechend die Formel auch machen kann und wir dann irgendwie quasi in letzter Minute beziehungsweise am letzten Tag dann noch hoffentlich alles zum Guten wenden können. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Am I ready for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.